hallo und eko mai herzlich willkommen zum neuen fortnite shop video was haben wir heute 13 juni und der shop ist auch in drei sekunden da 21 und mal schauen was heute schönes uns überrascht da aber ein neues ball im mod wird verlangt wird ein bisschen auf dem ball dann haben wir die in ferner zurück nach 34 tagen hier mit dem back blink dann gibt es schatten fade mit der axt ist zurück nach 43 tagen genauso wie schrecken omen hier mit dem umhang als back blink dann aber dazu einmal die schrecken orakel hacke das set zurück nach 43 tagen dann haben wir hier einmal die magengranate der hat auch zwei stile hier einmal in standard und einmal in schimmer der ist zurück nach 49 tagen genauso wie die treibhaus tomate auch in diesen beiden stilen dann haben wir den stachel klatscher dazu und den rostigen pizzaschneider dann haben wir ein neues spinnpaket das spinnpaket war zurück nach ist noch zurück nach 200 und zwei tagen dann gehen aber einzeln durch da haben wir einmal die den piston champion kanada die ist nach 34 tagen zurück im shop dann haben wir einmal den golfschläger der war vor sieben tagen das letzte mal da von ruby die ist nach 13 tagen ist er zurück und wir haben wahres herz das ist eigentlich ziemlich das seltenste mit heute eins ist noch seltener das ist nach 117 tagen da dann haben wir hier einmal die täglich vorgestellten einmal rio grande hier mit dem back blink dies zurück nach 37 tagen genauso wie doppelte spiel hier dieses hula hoop mädchen sage ich mal dann gibt es einmal verwirrt das ist das seltenste immer heute im shop und ist nach 687 tagen zurück dann haben wir es ist kompliziert nach 31 tagen zurück und wir haben die lama glocke die jeder wohl kennt nach 34 tagen zurück und das schattentraining ist nach 47 tagen zurück dann haben wir hier das marshmallow paket und major laser ist noch dabei hier sind noch die ganzen ikonentänze die gehe ich nicht durch da könnt ihr das video von gestern noch mal abchecken wenn ihr die noch hören wollt und hier haben wir noch kane und royce war auch gestern im shop und hier gibt es doch die ganzen pc pakete immer noch da das war schon mit dem shop für heute wünsche euch alles gute bis zum nächsten mal tschau